Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der Kalbsdämpfarm. Ja, im Dreschkrimi. Alter, nein, da kommt aber auch richtig was zusammen, da. Wie seht ihr, ich hab schon mal ein bisschen mehr ohne euch gemacht. Ich hab mir gedacht, den letzten Rest können wir eben zusammen machen. Könnt ihr das auch ein bisschen nachvollziehen, wie, was, wo. Aber ich glaube, wenn wir diese Ecke fertig haben, dann brauchen wir kein Stroh mehr fallen lassen. Wir haben ja noch nicht mal Tiere und überlegt mal, wie viel da jetzt an Stroh zusammenkommt. Der liebe Olli meint ja, ich hab zu viel Fläche genommen, ne. Ich bin mir da nicht sicher, ob die Flächen zu viel sind, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir haben eigentlich nur vier Flächen. Okay, sie sind riesig, die Felder, das ist klar. Wie so viel mit CP arbeiten müssen, das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Ansonsten weiß ich nicht. Bin ich mir noch nicht so sicher, keine Ahnung. Jetzt fahr ich natürlich selbst den Dreschkast. Bei der nächsten Ecke kann ich natürlich dann direkt auch Cosplay anstellen. Da brauche ich mich gar nicht so viel drum kümmern. I don't know. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ich bin der Meinung, wir haben nicht zu viel Fläche. Hier zu wenig. Kann aber auch alles gut möglich sein. Ihr werdet es sehen. Wichtig ist jetzt, dass die Ecke runter ist. Wenn ihr heute Abend ein Video habt, dann wären wir schon mal safe. Wir müssen auch noch ein bisschen, glaube ich, Maschinen austauschen. Der Tiefenlocker muss ja noch verkauft werden. Dafür brauchen wir den Großen. Die Drille soll ausgetauscht werden. Dann füllen wir die Behold. Ein paar Sachen müssen wir noch machen. Aber es ist schon ganz gut, was im Silo ist wichtig. Vielleicht sollten wir eine Mehlfabrik oder uns so hier zulegen. Wir haben so viel Weizen im Moment. Eier, neier, ey. Ich glaube, viermal bin ich jetzt schon zum Silo gebracht wird insgesamt. Wenn ich jetzt gucke, fährt er nicht weiter. Das ist das Problem. Wenn wir mal mitten im Schwarz am Haufen haben, ist auch nicht schön für die Presse. Das ist nicht so prickelnd. Da bin ich ja ganz ehrlich. Vor allen Dingen, ey. Oh, wir müssen nur über die Straße, ne. Aber ich glaube, mit diesem Schneidwerk hier auf der Map, da müssen wir richtig Probleme kriegen. Kann das sein? Kann das sein oder ist das so? Ich hole mal hier mal den alten Frontladerschlepper. Und dann, ähm. Wenn wir da mit dem Schneidwerk spazieren fahren. Ich hab ja erst gedacht, ob der Nachbar hier nebenan was zu ernten hat, dann hätte ich in der Zeit pressen können. Und er hätte eine Mission mitgemacht, wisst ihr? Dass der Dreschkasten jetzt erstmal nicht so viel rumsteht. Aber wenn wir eh das Schneidwerk gleich umtübeln müssen, dann ist egal, ne. Dann können wir auch direkt zu unserem Weizenschlag nach vorne. Auf eine Ecke machen wir Raps. Auf die andere kommt Ölrettich. Das wird, wie wir was für früher haben. Wir haben vier Flächen, ne. Vier. Jetzt brauchen wir Weizen, einmal Sorum, hier so einmal Mais. Machen wir einmal Raps. Wir brauchen Soja. Mais brauchen wir wahrscheinlich doch nicht mehr. Also. Puh. Gute Frage. Nächste Frage. Wir können Gäste machen, ne. Weizen machen wir nach Mais oder nach Sorum, hier so machen wir Weizen oder Gäste. Je nachdem, was jetzt in Forse ist. Ich denke, wir machen hier einmal Raps und das andere machen wir Bühlrettich. Das passt ganz gut. Würde ich mal so sagen, ne. Bei vier Flächen eine Fruchtfolge ist eigentlich... ...kriegt man dann ganz gut hin, ne. Bühlrettich, Mais. Mais, Weizen. Weizen. Fiel noch eine Frucht. Raps. Ja. Dann hast du... ...hast du praktisch eine Fruchtfolge, ne. Dann Raps machst du nochmal. Bühlrettich. Dann hättest du eine Fruchtfolge, ne. Wurde, das auch doof wäre. Wir schauen mal. Wie wir das hinkriegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schickkörlern. Da kann ich nicht mal eben durch die Hicke prackeln, ne. Geht nicht, ne. Oh, du willst das kleine Moped holen, ne. Hier gleich. Oh, vielleicht kommen wir noch nach oben. Oh, 70% kommen noch eine Bahn fahren. Premium. Nicht prima. Premium. Läuft. So ist das. Oh, noch einmal, dann. Ein Dreschkasten voll. Dann müsste da auch Geschichte sein, ne. Das ist ja auch Premium. Ja, finde ich gut. Upsi. Vorsicht. Gähnchen. Das ist, wenn die heute wieder easy fix Anker gemacht haben. Immer muss ich Arbeiten machen, die nicht meinen Fähigkeiten entsprechen, ne. Total genial, ey. Dann bin ich, wenn ich mit aus nach Hause komme, platt wie eine Flunder vom Kopf her. Weil ich den ganzen Tag die Konzentration hochhalten muss. Wie ihr wisst, habe ich ja ADAS und kriege ich Medikamente, um mich überhaupt konzentrieren zu können, ne. Echt genial, ey. Du bist ja armst platt wie eine Flunder. Aber da musst du wahrscheinlich durch als Lohr und als Frosch an. Wir müssen eben den Puma hütteln. Das Auto muss auch noch weg. Den holen wir nachher rüber. Ein bisschen noch eine Mischbude. Die brauchen wir nachher. Ist auch genial, ne. Da in der Bude da. Mit dem Radio. Dann sagt YouTube zu mir, weil ich an das Radio gegangen bin. Im ersten Video. Und mir zu. Junge, das Video kriegt keine Monetarisierung. Du hast da Musik abgespielt. Die Urheberrechts geschützt ist. Ich denke, nein. Toll. Danke. Dann haben die mir vorgeschlagen. Ja, dann schneiden wir das raus. Und dann kannst du da eine Monetarisierung draufholen. Und da habe ich mir gedacht, nee, wisst du was, dann machen wir keine Monetarisierung. Und ihr könnt das Video ganz gucken, ne. So, heidernei, wo man alles drauf aufpassen muss heutzutage, ne. Heidernei, da. Ist auch cool gemacht hier mit den Silo, ne. So ein altes Waschbecken, ne. Kennt ja jeder. Hey. Den Gang brauchen wir. Rückwärts. So, lasst uns mal gucken, wie viel wir schon in Silo haben. Oh, 72.000 Liter sind. Oh, oh. Guter Price. Ne, geht noch hoch. Oh, die kriegst ja richtig Kohle, wa. Ach, fast 80.000 Liter sind da schon drin. Das ist gar nicht schlecht, ne. Der Puma ist cool, ne. Kann ich euch empfehlen. Der lässt sich gut vorn. Wenn du so ein bisschen auf Shiften stehst, macht der echt Laune. Ich habe jetzt mal meinen Abladesumpf gesucht, ne. So intelligent, wie ich bin, ne. Ich dachte, wo ist der denn hingehoppelt? Wo war der da vorne? Ist mal eine Ehrenrunde auf dem Hof gedreht, ne. Oh, der steht da unten. Nicht vor hier lang. Puma, mal die Sporen geben, ne. Schick ein Puma. Das ist heutzutage vorn. 19 Gänge, 55. Läuft. 56. So. Ist der Dreschkasten rausgegangen? Was ist da denn los? Wer hat den Drescher rausgemacht? Alter, Alter. Achso, ich wollte nach einer Mission gucken, ne. Ist hier nebenan was? Feld 17, wo ist der? Ja, dann hier. Das ist aber nicht viel Mission, ne. Gruppern. Aber gar kein Schlepper für. Feld 17. Wo ist Feld 17? Ne, das mach mal alleine. Für die Kröten? Ne. Guck mal. Dann nur 46.000 Glocken? Ne. Ne, 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 ne. Da hab ich ja kein Sp... Und Gruppern? Feld 5. Das ist bestimmt auch so ein Riesen-Trümmerteil. Aber das würde noch gehen, ne. Guck mal, das ist ja... Dreimal so groß wie... Ne, danke. Ne, ne, kein Interesse, Kollege. Vormann selber, mein Dreschkasten ist besetzt. Wir haben noch eine Fläche. Krass, um Meter 5.000. Gut, dass wir nur kleine Flächen haben, ne. Das hat gesehen. Das hat 44.000 für so eine Riesen-Ecke. Unglaublich. Und dann machen wir das nicht. Gruppern, da könnten wir drüber nach... Überlegen. Überlegen. Wir haben gerade kein Schlepper-Freunde. Wir haben zwar so eine Riesen-Gruppe, aber wir haben kein Schlepper-Freunde. Wir müssen erst ein Schlepper-Organisieren oder so. Dann schauen wir mal. Lürft hier nicht weg. Aber je nachher müssen wir bestimmt erst mal kolten, ne. Kolten. Grande der Malheur. Wahrscheinlich ist die Kaltstation wieder ganz am anderen Ende der Map. Oder wir müssen direkt einen großen Kaltstreuer uns organisieren. Dann sind die Pulen. Da hin. Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir überhaupt einen Kaltstreuer haben. Hat mal einer in der Garage nachgeguckt, ob wir einen Kaltstreuer haben? Glaub nicht. Guck mal, eine Borno. Dann haben wir das hier aber auch schon mal erledigt. Perfekto. Richtig gut. Dann eben den Schneidwerkswagen gleich weggeholt, ne. Mit dem IRC. Dann passt das. Müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, was eine Mehlproduktion kostet, ob sich das lohnt. Produktion bin ich noch nicht so in dem Business drin. Nicht ganz ehrlich. Aber ich glaube, im LS22 kannst du nur über Produktion kommen, ne. So mit Feldarbeit und so. Nur pure Feldarbeit. Weiß ich. Ich weiß nicht. Ja, Kühe müssen wir noch machen, ne. Aber da brauchen wir jetzt mal Futtermittel für. Dann brauchen wir Taulas. Schauen wir mal. Also das haben wir schon mal. Perfekto. Oh, passt da? Grad so war. Da das eine englische Karte ist, wird die bestimmt alles Koli haben. Sag mal, bin ich zu weit weg? Ne, viel zu nah. Vorher kann er auch nicht mehr. Läuft das, Svenny. Das läuft bis, Svenny. Das lassen wir doch noch. Abflug zum Hof. Abflug zum Hof. Ja, doch mal fertig. Perfekto. Erste Fläche, Jackhawk hinterher. Zweite Fläche brauchen wir gar keinen Strom mehr machen. Das wird zu viel. Wir machen hier große Ballen, ne. Schöne, fette Ballen. Pass auch gerade zu mir hier auf dem Hof, ne. Wo meine, ob das da passt? Warte, ne. Können wir schon mal den IAC warmlaufen lassen? Uh, uh, uh. Warmlaufen lassen? Uh, fast perfekt gefahren. War nur fast. Wir brauchen den. Siehst du auch schlecht, ne. Ist der da hinten drauf? Da drauf? Passt das? Häng mal ab, die Schuhe. Oh, ist perfekt. So, fangen wir ihn zurück. Wir holen mal den IAC. Aber wahrscheinlich erst die nächste Folge. So, liebe Leute. Ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken, bis ihr hier, ne. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bist du ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.